Hallöchen und willkommen zum Bossguide für den Seelenfetzer Dorma Zane aus dem Sanktum der Herrschaft im normalen und heroischen Modus, der Guide kann aber auch für den LFR Modus genutzt werden. Wir schauen uns hier alle Fähigkeiten und Mechaniken einmal an, unter dem Video ist auch noch ein schriftlicher Guide auf der Webseite verlinkt und nun viel Spaß. Der Kampf gegen den Seelenfetzer macht den Kampf gegen Haigan Innaxramas ein wenig Konkurrenz, denn auch hier gilt es herumzutanzen. Die Hauptmechanik in diesem Kampf ist die Qual. Der Raum ist in vier Abschnitte eingeteilt und in drei Abschnitten baut sich langsam eine rote Fläche auf, die bis zum Boss geht. Wenn diese den Boss erreicht, explodiert sie und verursacht sehr hohen Schaden. Da sollte natürlich niemand drin stehen, sondern man sollte immer in dem einen Abschnitt stehen, wo keine Fläche entsteht. Manchmal wird die Qual nur einmal eingesetzt, es kommt aber auch öfters vor, dass sie mehrmals hintereinander kommt und dann muss man die ganze Zeit herumrennen. Generell hat man dafür aber genug Zeit, es ist nicht ganz so stressig wie damals Innaxramas. Die zweite große Mechanik nennt sich Fesseln des Kriegstreibers. Im Bossraum von Dorma Zane hängt ein alter Bekannte herum, nämlich Garrosh Höllschrei oder eher gesagt seine Seele. Sie wird vom Seelenfetzer gefoltert und beim Einsatz von Fesseln des Kriegstreibers macht das ganz schön Aua an Garrosh, deswegen setzt er Höllschrei ein, haha, Wortwitz, wodurch jede Sekunde hoher Schaden an der ganzen Gruppe verursacht wird. Das muss unterbrochen werden. Um Garrosh herum erscheinen drei Ketten, die jeweils angeklickt werden können. Macht man das, bekommt man die Kette und kann damit wegrennen. Das Ziel ist es, sie 40 Meter lang zu ziehen, weil dann zerberstet sie. Passt aber auf, denn um Garrosh herum befindet sich auch der Fluss der Seelen, der verursacht sehr hohen Schaden, wenn man da reingeht, immer schön vor diesem Fluss bleiben. Aber zurück zu den Ketten. Immer wenn eine Kette zerstört wird, wird auch entfesselte Tyrannei ausgelöst. Auch das verursacht wieder an allen Gruppenmitgliedern Schaden. Das Ziel ist es, nacheinander diese Ketten zu zerstören, aber nicht gleichzeitig, weil sonst zu viel Schaden auf die gesamte Gruppe verursacht wird und die Heiler nicht mehr hinterherkommen. Teilt für diese Phase auch immer schön Heilungs-Cooldowns ein, eventuell können auch mehrere Ketten auf einmal gesprengt werden, je nachdem was so frei ist. Da ist dann Absprache wichtig. Gut, das waren zwei der drei wichtigen Mechaniken. Kommen wir noch zur dritten, nämlich die schlundgebundenen Qualbringer. Das sind Ads, die bewegen sich langsam auf Garrosh zu, wenn sie ihn erreichen oder wenn ihre Energieleiste auf 100 Energie gefüllt ist, dann werden sie immun gegenüber Kontrolleffekten und teilen 200% mehr Schaden aus. Das Ziel sollte es also sein, schnell die Ads zu töten, aber auch zu unterbrechen, denn sie wirken immer wieder peinigende Nova. Dadurch verringert sich die Bewegungsgeschwindigkeit des ganzen Rates um 20% für 6 Sekunden und natürlich wird dadurch Schaden verursacht. Das Ganze ist stapelbar. Wenn das mehrmals hintereinander durchkommt, dann ist man sehr langsam und schafft es vielleicht auch nicht, diese Ads vernünftig herunterzuhauen. Teilt eure Gruppe also am besten auf, damit an jedem Ad ein paar Leute stehen. Wie viele Ads erscheinen, das liegt an eurer Gruppengröße. Die müssen auch nicht getankt werden. Am besten setzt ihr auch Rückstoßeffekte oder sowas wie Todesgriff ein, um die Qualbringer zu sammeln und mit AOE-Fähigkeiten runterzubomben. Allerdings haben diese Ads viele Lebenspunkte. Um euch da ein bisschen zu unterstützen, gibt es netterweise das Brandmal der Qual vom Boss. Damit werden immer wieder ein paar Spieler markiert. Das ist so eine rote Rune unter einem. Wenn Verbündete oder aber die schlundgebundenen Qualbringer in dieser Rune stehen, dann erleiden sie alle zwei Sekunden Schattenschaden und die schlundgebundenen bekommen auch 50% mehr Schaden, wenn sie in dieser Rune stehen. Also sollten immer wieder Leute mit diesen Runen in diesen Ads drinstehen. Die anderen sollten drumherum stehen, damit sie den Effekt nicht auch abbekommen, wodurch die Ads eben halt viel schneller sterben. Aber Achtung, hier noch der Hinweis, dieses Brandmal der Qual, das ist generell sehr oft aktiv während des Kampfes. Natürlich auch, wenn Qual eingesetzt wird, also wenn sich die Flächen füllen, wo man rauslaufen muss, wo man so ein bisschen tanzen muss. Da sollte man natürlich aufpassen, dass man nicht immer durch andere Spieler durchläuft, die dann immer wieder kurzzeitig Schaden bekommen. So, wir fassen also nochmal ganz kurz zusammen. Immer schön tanzen, wenn sich die Flächen rot füllen, die Heiler bereithalten, wenn Fesseln des Kriegstreibers eingesetzt wird und Höllschrei herumschreit, dann diese Fesseln nach und nach zerstören, indem man sie anklickt und nach hinten rennt und eben halt die Ads töten sowie unterbrechen und die Leute mit den Runen in die Ads reinstellen. Das klingt doch gar nicht mal so schwer. Für Tanks gibt es jetzt auch nochmal eine kurze Tankwechselmechanik, nämlich die Klinge des Ruins. Die wird immer mal wieder eingesetzt. Dadurch bekommt man einen 40-sekündigen Debuff, der den körperlichen Schaden um 100% erhöht. Heißt also nach jedem Einsatz ein Tankwechsel und ihr solltet auch immer einen Cooldown bereithalten, wenn die Fähigkeit eingesetzt wird, denn die macht wirklich fetten Schaden. Das war es dann aber auch schon wieder für diesen Kampf. Kommen wir noch zum heroischen Modus. Da gibt es drei Änderungen. Erst einmal das Zerstören von den Fesseln des Kriegstreibers von Garrosh löst den Debuff Seelenfesseln im heroischen Modus aus. Dadurch bekommen alle drei Sekunden ein bisschen Schattenschaden. Das Wichtigste ist aber, man kann dann nicht wieder mit den Fesseln interagieren. Das heißt also, man muss eine Rotation festlegen, wann welcher Spieler im Raid diese Ketten zerstört, weil es halt nicht immer wieder die gleichen machen können. Also ein bisschen mehr Koordinierungsaufwand. Des Weiteren gibt es den Zusatz im heroischen Modus, dass wenn Höllschrei eingesetzt wird, also der AOE, wenn die Fesseln da sind, dann werden Spieler auch gefiert. Das sollten vor allem die Heiler mit einplanen, weil sie ja die Gruppe hochheilen müssen. Also nicht die Cooldowns einsetzen, wenn wieder so eine Höllschreiwelle losgelassen wird. Hier helfen dann natürlich auch Totems vom Schamanen sehr gut, die passiv mitteilen oder andere Effekte, die eine passive Heilung erlauben. Und dann gibt es noch eine Neufähigkeit im heroischen Modus, nämlich zerfetzte Seele. Dadurch erscheinen ganz einfach nur manchmal weiße Wirbel auf der Kampffläche, wo man rauslaufen muss, um keinen Schaden zu erleiden. Das ist natürlich besonders unschön, wenn sowieso gerade Qual eingesetzt wird und die Flächen sich rot füllen. Man hat dann noch weniger Platz, um auszuweichen und vernünftig herumzutanzen. Aber ich bin mir sicher, dass ihr und eure Gruppe das schaffen werdet. Das war's mit dem Guide. Ich sage danke fürs Zuschauen. Falls noch Fragen sind, einfach unten in die Kommentare stellen. Wir versuchen sie zu beantworten. Wie gesagt, unter dem Video ist auch der schriftliche Guide verlinkt. Dort findet ihr auch Bossguides zu allen anderen Bosse in diesem Raid. Ja, und mehr gibt es nicht mehr zu sagen, außer Tschüssi. Wer Lust hat, der bleibt kurz noch dran, denn nach diesem Boss wird eine nette Cutscene abgespielt, die das Schicksal von Garrosh Höllschrei enthüllt. Und wer keine Lust hat zu warten, sich das anzuschauen, der kann das jetzt hier machen. Viel Spaß. Tschüssi. Es hieß, ich sollte für meine Verbrechen büßen, meine Sünden bereuen. Aber ich würde jeder meiner Entscheidungen wieder treffen mit Stolz. Unterwerft euch. Ich unterwerfe mich niemandem. Nicht euch. Nicht dem Kerkermeister. Nicht diesem Feigling Frall. Für die Hauuuude. 1 2 12 4